Ja, heute schauen wir uns mal das Bonnfest an in Newstadt. Da ist da draußen Roland heute da. Mal gucken, wie das wird. Wir sehen uns mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Am Bahnhof Schlössl sind wir jetzt. Ungefähr zu weiter Richtung Steinbach. Dann schauen wir uns hier noch mal die Schneeberäumung an. Auch tolle Sache. So, wir fahren noch mal nach Jöhestadthof. So, ich habe jetzt hier noch eine Baby auf die Schneeberäumung. So, ich habe jetzt die Schneeberäumung. So, ich habe jetzt die Schneeberäumung. Und jetzt haben wir heute noch eine kleine Schneeberäumung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.